Herzlich Willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit Arezo. Ich bin Arezo und wir müssen Nate helfen, als Nate die zweite Prüfung zu bestehen. Jetzt haben wir hier unser Gespräch. Ach warum das denn? Ich habe genug von Kupferkesseln. Ich habe den halben Tag in der Drachenhöhle. Tu es. Dann besorge ich dir den Bogen. Hm, okay. Hast du vielleicht 97 Kupferkessel? Was? Aber wieso denn? Na dann. Alles klar, ich habe es ihm gesagt. Gut. Ich besorge dir den Bogen. Hast du zufällig auch noch eine Idee, wie ich Massas dazu bringen kann, nicht jedes Mal ins Schwarze zu treffen? Das hier wird dir helfen. Ein zerknüllter Zettel. Das ist genial. Damit tue ich was. Lies ihn und spiele das Spiel des Krämers. Woher weißt du? Bist du sowas wie ein Wahrsager? Ja. Gut, jetzt hatten wir natürlich wieder. Einfach dadurch, dass sich das Spiel nicht merkt, wie oft man hin und her geht. Was auch nervig wäre, aber dadurch haben wir eben nicht ganz genau das Gleiche, ne? Ja, okay. Immer wieder der gleiche Spruch. So, jetzt können wir mit dem Krämer reden. Wir bekommen unser Feuerwasser. Was kann ich für den Herrn tun? Um nochmal auf das Feuerwasser zurückzukommen. Was bieten Sie mir an? Ich habe einige Kupferkessel im Angebot. 97, um genau zu sein. Die brauche ich. Aber mir kommt die Sache verdächtig vor. Sie wussten doch, dass ich Kessel brauche, oder? Es ist mein Job, alles zu wissen. Also gut. Il. Hier ist die Flasche Feuerwasser. Aber sehr vorsichtig. Sie ist wertvoll. In der Flasche ist flüssiges Feuer. Trotzdem ist sie ganz kühl. Vielleicht brennt das Feuer erst an der Luft. Na, das klingt doch irgendwie bisher nach Betrug. So, wir gehen... Ja, okay, da hätte ich jetzt auch auf der Karte bleiben können. Also auf dem Gebiet bleiben können, um dann zu klicken. Es ist nervig, dass man zu manchen Dingen über die Karte kommt und über manche nicht. Äh, zu manchen nicht. Huhu! Was ist denn nun schon wieder? Ich habe eine Flasche Feuerwasser besorgt. Du hättest mich warnen können, dass das Zeug so wertvoll ist. Wertvoll? Es kostet ein paar Kupferstücke und man bekommt es hier in den wilden Landen an jeder Ecke. Aber warum... Ich war nur zu faul, es selbst zu holen. Außerdem wollte ich dich loswerden. Verständlich. Gib schon her. Ich habe das Gefühl, wir wurden betrogen. Hier, hast du das Geweih. Danke! Nicht so laut. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier mit der Luft nicht. So, okay. Das Geweih ist direkt schon in der passenden Form. Das ist der Knochenbogen. Oder zumindest der größte Teil davon. Die Sehne fehlt noch. Das Geweih und die Sehne zusammen ergeben meinen altbewährten Knochenbogen. Sehr gut. Ein mächtiger Knochenbogen. Kein Zielfernrohr. Ansonsten nicht schlecht. Gut. Dann sieh da zurück. Ach ja, der muss ja zu uns kommen. So, jetzt können wir uns zugucken, wie wir gewinnen. Der Mensch hat die Prüfung der Geschlechtsamkeit gewonnen. Unmöglich. Ich... Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Das ist nicht... Ich... Holst du gleich? Komm nach vorne zum Tor. Für den dritten und letzten Wettkampf. Okay. Tja. Und es gibt schon Leute, die meinten, ich wäre peinlich. Aber jetzt sollte ich mich sputen. Ich muss dafür sorgen, dass Massas ihren Lauf nicht beendet. Ja, dazu müssen wir irgendwie eben noch die Oga hochkriegen, ne? Ich nehme mal an, der Stein hier wird mir nicht helfen. Oh, gut. Und Nate auch. Mhm. Hallo. Was denn nun schon wieder? Können du und dieser Kriegerverschnitt mich nicht einfach in Ruhe lassen? Geht man so mit Kunden um? Kunden? Alles, was ihr tut, ist doch mich auszutricksen. Ihr habt meinen halben Warenbestand und ich habe kein müdes Goldstück mit euch verdient. Hast du zufällig Interesse an 97 Kupferkesseln? Oder kann ich dir sonst etwas anbieten? Meinen wertvollen Verkleinerungsring oder mein letztes Hemd? Oh, der Verkleinerungsring könnte helfen. Wenn wir die Oga damit kleiner machen könnten, ne? Also. Weißt du was? Hier, nimm den Ring. Das ist alles, was ich noch an Wert besitze. Dann muss ich mich wenigstens nicht noch einmal für dumm verkaufen lassen. Perfekt. Das mit den Töpfen und den drei Zahlen hat sie in ihrer Händlerehre getroffen, was? Ich bin kein Händler mehr. Schluss mit dem ehrlichen Leben. Ich gehe in den Süden und werde Banker. Tun sie nichts, was sie später bereuen würden. Ein Verkleinerungsring. Ganz umsonst. Sehr gut. Ich meine, Wilbur hat ja schon mal dafür bezahlt, ne? Ich kenne diese Dinge. Es ist ein ekelhaftes Gefühl, geschrumpft zu werden. Es gibt auch Vergrößerungsringe. Die verkaufen sich deutlich besser. Hm. Ich meine, beides ist praktisch, ne? Okay, benutzen kann ich den so jetzt gerade nicht, aber... Na, Moment. Jetzt hätte ich die Karte benutzen sollen. Jetzt werfe ich den Ring runter. Die werden kleiner und können hochgezogen werden. Na. Ich muss an der richtigen Stelle treffen hier. Wirf den Schrumpfring hinab zu Sloth und Grump. Hey, Sloth. Ja, Freund, Nate? Ich werfe euch einen Ring runter. Lass ihn ja nicht fallen. Also gut. Aufpassen, Grump. Erstaunlich, dass der Ring überhaupt gepasst hat, ne? Schnappt sie euch, Jungs! Vergiss nicht, den Ring abzunehmen. Hat jemand ein kleines, speckiges Problem? Gut. Das war das. Und jetzt zurück nach Hause, würde ich sagen. Nach Hause. zur Org-Basis. Damit kannst du mit deinem Preis gehen, wohin du willst. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Ausgezeichnet. Nichts wie weg hier, bevor Sasi zurückkommt. Ausgezeichnet. Damit habe ich meinen Job ja wohl vorbildlich erledigt. Ja, dann wäre jetzt noch Wilbur dran, ne? Der muss in den Spiegel zerschmettern. Da haben wir ein Beutelchen. Jeder hat sein Säckchen zu tragen, ne? Ein kleines Spiel mit dem Mission Impossible Track. Die Luft ist rein. Sehr gut. Aha. Ich scheine gerade Hilfe für den Kistentransport zu suchen. Das ist meine Chance. Gut. Das Tuch soll ich in die Kiste des Artefakts legen. Es hat etwa dieselbe Größe und wiegt auch ungefähr so viel. Okay, ich nehme mal an, das Entkommen wird das Schwierige sein. Außerdem machen wir eben den Spiegel kaputt, aber... Wir sehen nicht mal, wie wir den Spiegel zerdeppert haben. Hallo? Ist da wer? Nein. Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder hier ist ein unsichtbarer Einbrecher. Das ist die Kiste. Also los. Ich nehme an, ein Minispiel, bei dem wir seine Bewegung nachmachen müssen. Nee, nicht mal. Also los. Tja, das war einfach. Das war knapp. Das auch. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schief gehen? Ich hab's gewusst. Dieser verdammte, wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich... Ich bin ein Magier. Ich weiß, ich weiß, kleiner Mann. Ich hätte dir das schon damals in Seefels nicht zugetaut. Und von dir hätte ich erwartet, dass du mal wieder deine Freunde im Stich lässt. War der Text nicht anders beim letzten Mal? Ich hätte mir dann dieses Gefahrsinnig anhören müssen. Hm. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein. Okay. Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten. Gut. Ivo befreit uns. Müssen wir jetzt eventuell noch Ivo spielen, wie sie dort befreit? Aber eigentlich glaub ich's nicht. Hat man uns gefangen genommen? Yep. Hast du das Artefakt ausgetauscht? Yep. Wo ist Ivo? Hier bin ich. Und ich habe eine Transportmöglichkeit organisiert. Hat sie sich mit der Drachin verbündelt? Hüpft drauf. Ich muss euch beiden noch durch die Zeit zurückschicken. Und ihr müsst noch etwas anderes für mich tun. Die Wilden landen noch einmal. Immer noch bei 5. Also schön, ich muss mich beeilen. Nate und Wilbur sind oben gefangen. Okay, ja. Da war das Tellarion. Das ist das Tellarion. Der Erzmagier hat es mir gegeben. Es ist der große Bruder von Wilburs Amulett, wie der Erzmagier es nannte. Damit sind Reisen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit möglich. Gut. Okay, wir können tatsächlich nach unten. Ich nehme an, das müssen wir auch da noch. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Okay. Hm. Tja, das war jetzt die Kampfszene des Spiels. Und das war die einzige Wache, die uns hätte bemerken können. Alle anderen gucken die ganze Zeit die Mutter an. Psst, später. Los, berührt beide das Amulett. Bis gleich. Hey, Schweinebacke. Was zum... Tja, das hat mich mitzlica. Ich kann das einmaltones, aber auch fühlen. Isst sich wichtig. Tja, das zu sein. GrüfeInsts war sehr wichtig, aber auch nicht dabei. Was ist mit dem echten Artefakt passiert? Es ist an einem sicheren Ort. Beim Erzmagier? Nein. Er hat sofort eingesehen, dass kein Sterblicher mit dieser Macht umgehen könnte. Ich habe es versteckt, wo niemand es jemals finden wird. Aber man könnte viel Gutes damit tun. Was du damit tun würdest, wissen wir. Was machen wir als nächstes? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Vielleicht wartet hier irgendwo noch ein anderes Abenteuer auf uns. Laten wir es ab. Das Ende. Ja. Okay. Ich war erst ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt die letzte Folge ist. Ähm. Okay. Dann muss ich jetzt so das Fazit schnell improvisieren. Das Gute ist, ich improvisiere die Fazits immer. Aber verrate es niemandem. Okay. Ja. Ja. Was können wir so sagen? Die Musik erinnert die ganze Zeit eigentlich man... Naja. Sowas wie Indie. Äh. Aber ich wollte doch irgendwas tatsächlich noch inhaltliches sagen, ne? Ja. Wäre interessant gewesen, was da passiert noch. Also falls da was passiert, eventuell hätte es auch einfach nur wieder gesagt, ja, dann nicht lang. Ist auch durchaus möglich. Na gut. Spiel an sich. Was haben wir so? Grafik? Ja. Ziemlich gut. Gibt nicht wirklich was zu sagen. Ich meine, es ist eben stilistisch. Es wird nicht jedem gefallen. Aber, ja, das hat den Vorteil, wie Josh Triface immer wieder betont. Man kann versuchen, realistische Grafik zu machen. Aber das altert schlecht. Und Stil, ja, bleibt ewig. Altert es ziemlich gut. Und deswegen habe ich das Spiel auch für wesentlich neue erst mal am Anfang gehalten, als es eigentlich ist. Gut. Sound. Äh. Ja, war in Ordnung. Ich sehe da jetzt keine wirklichen Probleme. Bei den Untertiteln sah ich ein paar Probleme. Weil's, naja. Weil manchmal die Untertitel erst mal was vollkommen anderes dastehen hatten, als gesagt wurde. Und zum anderen, weil sie zum Teil ein bisschen im Weg waren. Story war okay. Zeitreisen sind immer sehr problematisch. Und natürlich war's generisch, aber es sollte generisch sein. Das war Ziel und Zweck. Ich meine, deswegen haben wir einen Charakter namens McGuffin, der am Anfang davon spricht, dass es gefunden wurde und so. Es soll klischeehaft sein. Und das hat's geschafft. Und das ohne eben langweilig zu sein. Das ist also ziemlich gut. Rätselschwierigkeit war nicht wirklich da. Ich hatte einen massiven Denkfehler, was das Maßband angeht. Ja, da hab ich mich ziemlich lächerlich gemacht. Aber ansonsten sind wir relativ gut durchgekommen, denke ich. Oh, und natürlich hatten wir dieses eine Rätsel, bei dem man mit der Tür, also mit dem Übergang dort interagieren musste, als es darum ging, das Sandwich zu übergeben. Da gebe ich die Schuld dem Spiel. Das ist eine Lösung, Rätsellösungsart, eine Mechanik, die wir ein einziges Mal in dem Spiel hatten. Ja. Wenn wir uns hier so die Konzeptarts angucken, die sie hier mit reingestreut haben, vieles sah in den Konzepten, also in der Konzeptphase wesentlich unheimlicher aus, als es dann später geworden ist. Die Charaktere, die wir hatten. Wilbur, ja, ich hab ihn ab und zu geärgert, aber er ist ein okayer Kerl. Ivo, ja, hab sie ab und zu geärgert, aber ja, sie ist ein okayer Kerlin. Nate. Ja. Was haben wir noch so zu sagen? Die Synchronsprecher an sich waren auf jeden Fall gut. Ich meine, die haben ja auch ziemlich hochkarätige hier zum Teil gehabt, ne? Es gab ein paar Dinge, die noch offen sind, zum Beispiel wissen wir, dass der Bruder des Magiers seinen Erzmagier treffen wollte. Ich hätte es besser gefunden, hätten wir gesehen, wie Ivo dort tatsächlich den Erzmagier trifft, aber das wäre eben so eine Exposition-Szene gewesen und ich nehme an, die wollten sie nicht groß mit reinbringen. Die paar Cinematics, die wir hatten, sahen auch nicht schlecht aus. Ich meine, ja, ich denke, für einen Einblick und gerade fürs Finale ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, die zu haben, ne? Wir sind beim Very Special Thanks 2, das heißt, vielleicht sollten wir durch sein. Und dann gucken wir, ob noch was kommt. Also, es gibt The Book of Unbidden Tales 2, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ich glaube, mir wurde gesagt, dass die Rätsel dort ein bisschen schwieriger sein sollen. Das ist dann ganz gut. Ach ja, der Humor des Spiels. Stellenweise ein bisschen sexistisch gewesen, aber insgesamt... Ja, insgesamt gut. Ja, das ist... Ja, also ich meine, vieles von diesem sexistischen wird natürlich dadurch gerechtfertigt im Prinzip, dass wir einen schlechten Kerl wie Nate dort eben haben. Aber... Ja, man hätte eben nicht unbedingt einen schlechten Charakter als Helden mit einbringen müssen. Und deswegen... Das SoScore 1994 bis 2002, das ist... Moment. Aber nee, da geht es um Warbitz nicht und um das Spiel. Das ist, ja... 1994 wäre ein bisschen früh gewesen, denke ich. So, kommt noch was? Hallo, Wilbur? Oh ja, der Tod. Hör doch mal Schritte. Hm. Hallo? Tja. Der Tod hängt da jetzt so fest. Ach ja, und es gibt einen Teil, in dem man das Vieh spielt. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß nicht, was ich jetzt dann eben so die nächsten Tage dann veröffentliche. Das muss ich spontan entscheiden jetzt. Ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Reihen, die angefangen sind. Gossam Knights. Ich habe überlegt, das eventuell in die Streams zu verschieben. Einfach weil es wirkt wie ein Spiel, das sich besser für Streams anbietet. Und ich müsste auf jeden Fall das Star Wars Squadrons Spiel weiterspielen. Aber ich würde ganz gerne auch irgendetwas in der Art hier weiterspielen. Weil ich denke, es macht sich einfach besser für Let's Plays und mit mir und so. Also, ja. Okay, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Serie. Bis dahin, leb wohl hinter das Kommentare. Und adios.